Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minimputs-Podcast. Mein Aktor Name ist Marina und heute möchte ich mal über das Thema sprechen. Wenn du dich anders fühlen möchtest, musst du anders denken lernen. Ich weiß selbst aus meiner Erfahrung, ich hatte ja Depressionen, war dementsprechend extrem in der Abwärtsspirale und extrem im Negativen drinnen und weiß daher aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, wenn man ein negatives Mindset mitbekommen hat oder selbst hat und was es bedeutet für das eigene Leben. Ich persönlich wusste früher nichts darüber, wirklich nichts darüber über die Macht der Gedanken, über den Zusammenhang zwischen Gedanken und Gefühlen, Handlungen und Gewohnheiten in seinem eigenen Leben. Ich bin aber Gott sei Dank sehr früh auf diesen Weg geführt worden. Also ich bin zwar noch ohne diesen Bewusstsein aufgewachsen, dass ich eben dieses spirituelle oder psychologische Wissen mitbekommen habe, bin aber dafür umso früher von meiner Seele auf diesen Weg der Spiritualität, des Erwachens geführt worden, worüber ich sehr dankbar bin, dass ich diesen Weg gehen durfte, dass ich zwar auch noch das komplett andere Leben kennengelernt habe, wo man sich überhaupt nicht mit diesem Thema beschäftigt und wo es eigentlich gar keinen Ausweg aus seinen Gewohnheiten und aus seinem Denken gibt. Aber ich bin so unfassbar dankbar, dass ich doch so früh dann in die andere Richtung geführt worden bin und so unfassbar früh da rausfinden habe dürfen und einen neuen Weg habe, anfangen dürfen zu gehen. Also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann, weil ich dafür einfach so dankbar bin jetzt, wo ich einfach merke, wie wichtig es ist, darüber Bescheid zu wissen. Und vielleicht steckst du auch noch in einem Bewusstsein, wo eben das nicht gang und gäbe ist, dass man darüber spricht, was Gedanken für eine Macht haben, warum du dich so fühlst, wie du dich fühlst, woher es kommt, dass du das Leben hast, das du hast und vielleicht bist du in einer Position, wo du mit einem bestimmten Thema unzufrieden bist oder vielleicht geht es dir wie mir und du fühlst dich allgemein nicht wohl in deinem Leben und mit deiner Beziehung zu dir selber. Und deshalb möchte ich dir das unbedingt weitergeben, weil ich einfach selbst so dankbar bin, dass damals Menschen, Bücher, Situationen zu mir gefunden haben, wo ich plötzlich angefangen habe, einen Einblick in eine neue Welt zu bekommen und wo mir plötzlich Menschen bewusst gemacht haben, dass Gedanken tatsächlich eine Macht in unserem Leben haben und dass unsere Welt von innen nach außen manifestiert wird und nicht, so wie es uns einfach oft beigebracht wird, wir Opfer der äußeren Umstände sind und quasi nichts machen können. Das stimmt einfach nicht, sondern unsere Welt manifestiert sich von innen nach außen. Nur das Thema ist einfach bei uns Menschen, dass ganz viele Menschen ihr Leben gar nicht überdenken, wenn sie erwachsen sind und einfach quasi das, wenn sie erwachsen sind, weiterleben, was sie einfach unbewusst mitbekommen haben. Und dadurch fühlt es sich so an, als würde man Opfer der äußeren Umstände sein. Tatsache ist aber eigentlich, dass man jederzeit selbst bestimmen kann, dass man etwas verändern möchte und anfangen kann, seine Realität neu zu gestalten. Das ist natürlich kein Prozess, der jetzt von heute auf morgen geht, aber man kann anfangen und kann sich anfangen, mit seinem Inneren Leben zu beschäftigen, durch Meditation, durch die Stille, durch das In-sich-Gehen, durch das Reflektieren von seiner eigenen Persönlichkeit, durch das Reflektieren, was in einem selber los ist, durch Therapien, durch Coachings und dadurch kann man eben lernen, seine Welt zu verändern, nach und nach zu verändern. Und wie das funktioniert, das kann ich dir erklären. Wenn wir meditieren, wenn wir uns coachen lassen, wenn wir in eine Therapie gehen, wenn wir einfach etwas für unser Inneren Leben machen, wo es darum geht, unsere Persönlichkeit weiterzuentwickeln, unser Inneres wirklich anzusehen und mal hinzufühlen, wer bin ich eigentlich, was denke ich denn eigentlich den ganzen Tag, dann können wir sozusagen entlarven, warum wir uns fühlen, wie wir uns fühlen. Dazu muss man verstehen, dass sich das Leben folgendermaßen aufbaut. Und zwar baut es sich so auf. Zuerst denken wir etwas. Wir haben einen bestimmten Gedanken. Und du musst dir vorstellen, das geht alles in Sekundenbruchteilen, läuft das ab. Wenn du diesen Gedanken gedacht hast, dann bekommst du ein bestimmtes Gefühl dazu. Das heißt, wenn du jetzt einen positiven Gedanken denkst, bekommst du ein positives Gefühl dazu. Wenn du einen negativen Gedanken denkst, bekommst du ein negatives Gefühl dazu. Auf Basis dieses Gedankens und dieses dazugehörigen Gefühls, das du dann hast, handelst du in deinem Leben. Das heißt, wenn du positiv denkst und daraufhin positiv fühlst, führst du positive Handlungen aus, die dich in eine positive Richtung im Leben bewegen. Wenn du negative Gedanken denkst, bekommst du ein negatives Gefühl dazu. Du führst negative Handlungen aus, die dich in eine negative Richtung in deinem Leben bewegen. Und all das ist dann dein Leben. Das Leben, jedes einzelne Leben von jedem einzelnen Menschen, besteht aus ganz vielen einzelnen Gewohnheiten, die er irgendwann mal trainiert hat oder mitbekommen hat. Das meinte ich in der Ausgangsposition mit, dass manche ihr Leben, wenn sie erwachsen geworden sind, nicht überdenken und nicht neu ausrichten, sondern manche Gewohnheiten übernehmen wir ja bereits in unserer Kindheit unbewusst. Zum Beispiel, wenn man erwachsen ist, bedeutet das Leben, dass ich das und das und das und das machen muss. Das ist etwas, das bekommen wir ganz unbewusst mit. Jeder von uns, je mehr diese Gewohnheiten in unserem Unterbewusstsein verankert sind, desto mehr läuft das einfach wie so ein Film ab, der einfach immer wieder abgespielt wird und läuft. Also, wenn etwas mal in unserem Unterbewusstsein ist, dann brauchen wir darüber nicht mehr nachdenken. Dann kommt das immer wieder in unsere Realität und dann ist das einfach immer wieder in unserem Leben. Und wenn du jetzt zum Beispiel neue Gewohnheiten in dein Leben integrieren möchtest, dann musst du quasi anfangen, einen neuen Film zu erschaffen. Das heißt, du musst innerlich erstmal anfangen, neue Gedanken zu denken. Und wenn du neue Gedanken denkst und das langfristig machst und das eine Gewohnheit wird, dass du bestimmte Dinge denkst, so wie es ja vorher auch eine Gewohnheit war, dass du andere Dinge denkst, dann bekommst du neue Gefühle zu diesen Gedanken. Dein Körper wird dir dann neue Gefühle aussenden. Und wenn du diese neuen Gefühle hast, dann handelst du natürlich auch neu. Denn wenn du natürlich neue Gedanken hast, neue Gefühle, führst du neue Handlungen aus. Und auf diesen neuen Handlungen kannst du dir dann wiederum ein neues Leben erschaffen, weil dein Leben aus lauter einzelnen Gewohnheiten besteht und das dann eben dazu führt, dass du auf Basis dieser neuen Gedanken auch ein neues Leben dir erschaffst. Das ist ein langfristiger Prozess. Das ist einfach etwas, das kommt auch immer darauf an, wie intensiv man das betreiben möchte. Man kann das mit einer Gewohnheit machen, man kann es aber auch auf sein ganzes Leben übertragen. Je nachdem, wie stark man das Bedürfnis hat, sein Leben zu verändern, muss man eben auch umso mehr sein Innenleben verändern und seine Gedanken und sein Denken. Und du kannst dir vorstellen, wie das dann bei mir war. Ich hatte ja Depressionen, das heißt, in meinem Leben war grundsätzlich alles negativ, weil sonst hätte man ja keine Depressionen, wenn man noch einen Ausweg sehen würde. Wenn man Depressionen hat, neigt man ja dazu, dass man lieber sterben möchte, statt leben. Und das heißt, man ist in einer extrem negativen Gedankenspirale drin. Man hat grundsätzlich nur negative Gedanken am Tag zu sich selbst, zu der Welt. Man hat dementsprechend natürlich auch nur negative Gefühle am Tag, so gut wie. Und man führt auch ganz viele unbewusste negative Handlungen zu sich aus, die dann wiederum zu einem negativen Leben führen. Und du kannst dir vorstellen, welche Erfahrung ich da drin habe, sein Leben zu verändern und sich selbst lieben zu lernen und sein Selbstwert zu entdecken. Und ja, wieder in eine andere Richtung im Leben zu gehen. Und dementsprechend weiß ich natürlich, wie der Weg ist, wenn man das Bedürfnis hat, sein Leben zu verändern. Und ich habe mich da ganz, ganz viel damit beschäftigt, wie das läuft und wie das funktioniert. Und ja, ich wollte dir einfach das heute mal mitgeben, weil ich einfach auch weiß, welcher Schatz dahinter stecken kann, wenn man das vielleicht noch nicht weiß, wie das funktioniert mit dem Leben verändern und wie man sein Leben verändern kann, wie man etwas Neues in sein Leben integrieren kann. Und deshalb war mir das wichtig, dass ich auch dir das mal mitgebe, dass es eben in deinen Gedanken anfängt, wie dein Leben ist. Es ist ein Prozess, den wir nicht erklärt bekommen, wenn wir aufwachsen. Und wir bekommen dieses Wissen nur, wenn wir uns mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und wenn wir eben anfangen, uns mit so Themen zu beschäftigen und wirklich bewusst da auch Menschen suchen, die uns da helfen, uns zu entwickeln. Und ich bin unfassbar dankbar, dass ich die Chance habe, mein Leben zu verändern, dass ich entdeckt habe, dass ich gar nicht so ein Opfer, Gott sei Dank, sein muss, wie ich mich gefühlt habe, von diesen ganzen Gedanken und Gefühlen, die mich mal beherrscht haben und die mein Leben mal bestimmt haben. Und ich bin so dankbar heute, dass ich jeden Tag in mich gehen kann und dass ich mein Innenleben sortieren kann, aufräumen kann, dass ich jederzeit weiß, wo ich hingehen muss, wenn etwas nicht stimmt in meinem Leben, nämlich nach innen. Und ja, ich möchte diese Gewohnheit nicht mehr missen, dass ich einfach mein Innenleben kennenlerne, dass ich mich mit meinem Innenleben beschäftige, dass ich schaue, wie kann ich mein Leben immer schöner werden lassen und immer liebevoller und immer erfüllter zu mir selber leben. Und ich wünsche dir ganz viel Freude auch für dich beim Reflektieren und lass es einfach mal auf dich wirken, was ich gesagt habe. Und wenn du Lust darauf hast, dich persönlich weiterzuentwickeln, dann schau doch einfach mal in deinem Alltag, wo du selbst beobachten kannst, ah, jetzt habe ich das und das gedacht und daraufhin habe ich mich so und so gefühlt. Und vielleicht, wenn du noch einen Schritt weitergehen willst, welche Handlungen hast du daraufhin ausgeführt? Und das kannst du schon bei Kleinigkeiten im Alltag beobachten. Welche Handlungen basieren auf einem positiven Gedanken und welche Handlungen basieren auf einem negativen Gedanken? Und schau doch einfach mal, wenn du Lust darauf hast, dich persönlich weiterzuentwickeln, wo du da stehst und wie es da bei dir ist. Du kannst ja auch Notizen auf einem Zettel machen und mal schauen, ja, was du da so beobachtest und dich selbst dadurch eben kennenlernen und entdecken, wo deine Gewohnheiten sind, woher die kommen. Und daraufhin natürlich auch Rückschlüsse ziehen, warum dein Leben das ist, was es ist. Und jetzt weißt du ja den Schlüssel. Wenn du etwas verändern möchtest, dann musst du anfangen, in dich zu horchen, dich selbst kennenzulernen, zu erspüren und deine Gedanken kennenzulernen und dann wirklich anfangen, bewusst daran zu arbeiten, eben einen neuen Gedanken zu denken. Da ist der Beginn von Veränderung. Und ja, dabei beim Ausprobieren wünsche ich dir viel Freude und auch beim Reflektieren dieser Worte für dich und auch für dein Leben. Und dann hoffe ich, wir hören uns auch beim nächsten Podcast wieder. Alles Liebe und bis bald. Vertraue und glaube,